Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Hallo und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Türkütti München. Hier vorne auf dem Podium begrüße ich wie immer ganz herzlich unseren Cheftrainer Alexander Schmidt und Panagiotis Flarodimos, unseren Offensivspieler. Alex, die erste Frage geht an dich. Wie sieht es ums Personal aus? Wie haben die Jungs die Belastung verkraftet? Ja, Personalsituation ist sehr gut. Sind alle fit, außer jetzt Patrick Weihrauch, der einfach noch im Aufbau ist. Und natürlich Sebastian May, also die Langzeitverletzten. Aber ansonsten eine gute Situation. Und Pokalspiel, natürlich Pascal Soma als Beispiel, hat ja durchgespielt. Müssen wir natürlich regenerieren, aber bis Sonntag ist er wieder fit. Du bist der absolute Kenner. Keiner hier im Raum oder in dieser Stadt kennt unseren kommenden Gegner besser als du, Alex. Nimm uns mit, was erwartet dich und deine Mannschaft am Sonntag für einen Gegner in der dritten Liga? Ja, natürlich eine gute Mannschaft, die sich jetzt aber verändert hat vom Personal her. Serjan Sarara, einer vielleicht sogar mit der besten Spieler in der Liga, wird aller Voraussicht nach nicht spielen. Mehrere Spieler sind angeschlagen. Sebastian May hat sich jetzt verletzt, der wird nicht spielen können, wurde operiert. Alles in allem. Trotzdem noch eine gute Mannschaft, die uns, glaube ich, schon alles abverlangen wird. Aber ich habe vollstes Vertrauen in meine Mannschaft und beschäftige mich auch mehr mit meiner Mannschaft. Und wenn wir wieder so spielen, beziehungsweise mit diesem Engagement, mit diesem Siegeswillen, dann sieht es ganz gut aus. Alex, danke dir für deinen Einstieg in die Pressekonferenz. Panna, es ist dein erster Auftritt hier im Pressekonferenzraum in der AOK Plus, Walter Fritsch Akademie. Wird auch Zeit, zwei Spieltage vor Schluss, dass du endlich hier unser Gast bist. Bei mir kribbelt es im Hinblick auf Sonntag. Wie sieht es bei dir aus? Auch, ich freue mich riesig auf das Spiel am Sonntag. Und da ist schon eine gewisse Anspannung da. Und ich glaube, jeder im Verein, die ganzen Mitspieler und ich selber auch, wir freuen uns riesig auf das Spiel. Das Spiel gegen Töküchi München hat Endspielcharakter. Wirst du in deinen Abläufen, an deinen persönlichen Abläufen irgendwas verändern? Muss deine Tochter jetzt zwei Tage auf dich verzichten? Oder wie sieht das aus, Panna, bei dir? Wie bereitest du dich auf so ein wichtiges Spiel vor? Nee, eigentlich nicht. Ich bereite mich auf das Spiel genauso wie auf die anderen Spiele vor. Ich versuche, konzentriert zu bleiben und das Spiel auch so zu nehmen wie die anderen Spiele. Danke dir, Panna. Jetzt kommen wir zu den Fragen der Kolleginnen und Kollegen, die Sie eingereicht haben vorab oder jetzt während der Pressekonferenz via WhatsApp-Gruppe einreichen werden. Wir fangen an mit Jens Umbreit von Radio Dresden. Die Frage geht an dich, Alex. Für ganz Dresden ist das am Sonntag ein besonderes Spiel, ein besonderer Tag. Versuchen Sie sich für das Spiel und die Mannschaft alles so normal wie möglich zu gestalten? Im Vorfeld der Partie oder spielt es schon eine Rolle, dass es das bislang wichtigste Spiel des Jahres 2021 wird und sich die Mannschaft letztlich auch einen kleinen Traum erfüllen kann? Ja, vorab muss ich, beziehungsweise zum Spiel will ich einfach sagen, oder muss ich sagen, dass wir oder ich mich auch speziell und die Mannschaft, gehe ich davon aus, sehr darauf freuen. Also für diese Momente macht man das Ganze, auch das Trainergeschäft, sage ich mal, das sind genau die Momente, wo man sich halt riesig darauf freut. Und als Fußballer ist es auch einfach ein Traum, wenn man dann so ins Spiel reingeht und man kann sich ja vorstellen, was dann hinterher los sein kann oder los sein wird. Und ja, es sind genau die Momente, wofür man lebt. Wir werden jetzt nichts Außergewöhnliches machen, ja, wir lassen das dabei. Ja, die Mannschaft hat eine Freude, ausgestrahlt die Woche und Trainerteam ist auch alles so, dass sich jeder riesig darauf freut. Und genau so gehen wir es an, ja, mit einer großen Freude, mit Elan, so wie die bisherigen Spiele. Und dann, glaube ich, sieht es sehr gut aus für Sonntag. Die nächste Frage kommt auch von Jens Ubreit, geht wiederum an dich, Alex. Wie viel Insiderwissen in Bezug auf Standards, Detailwissen über die Einzelstärken von Spielern wollten und konnten sie ihrer Mannschaft über Türköychi München im Vorfeld des Spiels präsentieren? Ja, wir haben ja noch keine Gegnerbesprechung gemacht. Ja, heute kommt ein Teil, morgen kommt etwas, ja, aber wir werden jetzt auch nicht andere Dinge machen wie bisher. Ja, wir machen eine sachliche Gegneranalyse mit Stärken und Schwächen und konzentrieren uns dann eher auf unsere Mannschaft, ja, weil wir sind stark genug, dass wir jeden Gegner in der Liga schlagen können. Und nochmal wichtig ist, dass die Jungs eine Spielfreude haben, dass wir einfach in dieses Ding reingehen und Spaß am Fußball haben, unsere Prinzipien umsetzen und uns dann weniger den Kopf zerbrechen über Türköychi München. Natürlich eine sachliche Vorbereitung, weil der Gegner zu respektieren ist. Der Gegner hat eine ordentliche Mannschaft, aber unsere Truppe ist sehr stark und wir haben super Einzelspieler, vollstes Vertrauen in unsere Jungs und das ist das Wichtigste. Alex, danke dir für den Moment. Panna, wir kommen zu dir und bleiben bei den Fragen von Jens Umbreit, Radio Dresden. Was würde für dich persönlich, aber auch für die Mannschaft, deinen Aufstieg in die zweite Bundesliga mit Dynamo Dresden bedeuten? Ja, sehr, sehr viel. Wir haben ja das ganze Jahr oder die letzten zehn Monate auf dieses Ziel gearbeitet, oder dafür gearbeitet, dass wir am Ende aufsteigen und wir können das jetzt am Sonntag scharf an den Deckel drauf machen. Das wollen wir auch und wie gesagt, ich glaube, jeder freut sich riesig auf dieses Spiel am Sonntag. Beschreibe mal bitte die letzten drei, vier Wochen aus deiner Sicht. Die Dinge haben ja gerade auch für dich persönlich eine ziemlich verrückte Wendung genommen. Nach dem Trainerwechsel fragt Jens Umbreit von Radio Dresden. Ja, es waren Wochen der Freude und die für mich persönlich auch sehr erfolgreich waren, für die Mannschaft erfolgreich waren, für mich auch, dass ich wieder auf dem Platz stehen konnte. Und ja, es waren sehr, sehr schöne Wochen, sage ich mal. Panna, danke dir. Alex, zurück zu dir. Wir kommen zur Frage von Jens Maaslich, Deutsche Presseagentur. Kann es für den Kopf ein Nachteil sein, dass Hansa Rostock bereits am Samstag vorlegen und vorbeiziehen kann? Ich habe ja gesagt, interessiert mich alles nicht. Wer vorbeiziehen will, kann sonst was. Ja, wir gehen mit Freude in das Spiel rein. Panna hat es ja gesagt, ja, er ist gut drauf, mit einem guten Elan. Die Mannschaft freut sich. Alles andere ist für uns uninteressant. Thomas Langloff, Dresdner Morgenpost mit der nächsten Frage an dich, Alex. Herr Schmidt, auch Ihr Nachfolger, ist nicht mehr im Amt bei Türkgücü. Das Team ist in der Rückrunde nur Drittletzter. Wirkt sich so eine Hektik auch auf die Mannschaft aus? Wie siehst du das als Cheftrainer? Natürlich ist es nicht förderlich für die Truppe. Die Mannschaft kennen sie ja ganz gut. Es ist eine sehr gute, vom Charakter her, eine sehr gute Mannschaft. Und diese ganzen Turbulenzen haben sich natürlich ausgewirkt. Man sieht es ja jetzt beim Serjan, der einfach weg will, der weggeht. Und insgesamt hört man, soll das Klima nicht so gut sein. Aber ich sage es nochmal, wir respektieren den Gegner und konzentrieren uns eher auf unsere Mannschaft. Sie sind jetzt seit 18 Tagen Trainer in Dresden. Es blieb schon mal ein paar Minuten Zeit, um das zu realisieren, was hier eigentlich in den zurückliegenden knapp drei Wochen passiert ist. Das fragt Thomas Nahendorf von der Dresdner Morgenpost. Also viel nachdenken konnte ich nicht, weil es ging ja Schlag auf Schlag. Also mit Pokalspiel haben wir, ich glaube, es ist schon die dritte englische Woche hinter uns. Die vierte kommt jetzt, quasi wieder Pokalspiel unter der Woche. Natürlich als Trainer, ich habe es ja angesprochen, lebt man für solche Momente. Und ich bin einfach stolz, dass ich so eine gute Mannschaft trainieren kann, dass ich in so einer super Stadt, Top-Stadt Trainer sein kann. Und wenn wir das Ganze jetzt einfach noch vergolden mit einem Sieg am Sonntag, dann wären die letzten Wochen einfach ein Highlight in meinem Trainerleben. Und da bin ich jetzt einfach sehr positiv, weil ich auch die Mannschaft einfach sehe und wie sie sich geben und so. Sie haben diese Mischung aus guter Lockerheit und auch coolen Typen, die dann trotzdem noch Fußball spielen, sich dann gefühlt keinen Kopf machen. Und so muss es auch sein. Jetzt mit Freude ran an das Ding und für mich natürlich eine super Sache bis jetzt. Alex, dankeschön. Panna, zurück zu dir. Thomas Narendorf, Dresdner Morgenpost mit den nächsten Fragen. Panna, können die letzten sechs Saisonspiele für dich persönlich eine ganze Saison retten, fragt der Kollege Narendorf. Ja, wie gesagt, also die letzten Monate waren für mich sehr schwierig. Und da will ich mich auch bei den Jungs bedanken, die mich in der Zeit unterstützt haben und für mich da waren und mir nie das Gefühl gegeben haben, dass ich nicht dazugehöre, sondern mir immer das Gefühl gegeben haben, du gehörst dazu, du bist da. Und das habe ich versucht, den auch zurückzugeben. Und klar muss ich mich auch beim Trainer bedanken für die letzten Spiele, weil seitdem er da ist, hat er mir das Vertrauen zurückgegeben, hat sich seit dem ersten Training mit mir beschäftigt. Ja, da will ich einfach Danke sagen und versuche einfach, das Vertrauen in den Spielen und mit Toren, mit Vorlagen und guter Leistung zurückzuzahlen. Kannst du deine Gefühle zwischen Oktober und Ende April beschreiben und wie es Alexander Schmidt als Cheftrainer geschafft hat, dich wieder aufzubauen, deine Stärken rauszulocken, die man ja in den letzten Spielen gesehen hat, fragt Thomas Narendorf von der Dresdner Morgenpost. Ja, wie gesagt, der Trainer hat sich viel mit mir beschäftigt in den letzten Tagen, in den letzten Wochen und er hat mir erklärt, was ich auf dem Platz machen muss. Er hat mir das Selbstvertrauen wieder zurückgegeben und ja. Eine Frage habe ich noch zu dem Themenkomplex, die kommt wiederum von Thomas Narendorf von Dresdner Morgenpost. Hattest du bereits überlegt, aus Dresden wegzugehen, zum Beispiel in der Wintertransferperiode? Es überlegt nicht, also es gab Anfragen natürlich im Winter, aber für mich war klar, dass ich mich hier durchsetzen will und dass ich mich auch hier durchsetzen kann und ich habe nicht darüber nachgedacht, zu wechseln, nein. Hanna, Dankeschön, die Frage kam von Thomas Narendorf, die nächste kommt von Sven Geisler, Sächsische Zeitung, geht an dich, Alex. Wie haben Sie den Trainingsplan angepasst, nachdem das Spiel von Samstag auf Sonntag verschoben worden ist? Ja, es war kein Problem. Wir haben dann noch einen Tag freigemacht, haben sich die Jungs verdient, dass einfach in dieser jetzt langen Woche die Belastung nicht so hoch wird und dass wir quasi am Sonntag dann topfrisch sind. Welche Spieler, die am Mittwoch im Sachsenpokal gegen Bischofswerda gespielt haben, sind eine Option für Startelf oder Kader am Sonntag gegen Türkücü, fragt Sven Geisler von der Sächsischen Zeitung. Pascal Sohm, Stefaniak und Kreuzer sind eine Option. Danke dir, Alex. Zurück zu dir, Panna. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft angespannt? Vorfreude, wie beschreiben Sie es im Hinblick auf das Spiel am Sonntag gegen Türkücü München? Ja, Vorfreude. Jeder weiß, um was es geht in diesem Spiel und wie gesagt, wir wollen den Deckel drauf machen, das Ding am Sonntag rocken und wir freuen uns riesig auf das Spiel. Danke dir, Panna. Ihr beide habt kurz Pause. Jetzt versuche ich eine Frage zu beantworten oder Fragen von Sven Geisler der Sächsischen Zeitung zu beantworten. Ich versuche die Fragen alle zusammen zu beantworten. Ich lese sie trotzdem einmal vor, komplett. Wann und wie hat Dynamo von der Verlegung erfahren und welche Position hat der Verein dazu? Zweite Frage, wie reagiert der Verein auf den Aufruf der Ulstras, sich rund um das Stadion zu treffen, um der Mannschaft in diesem wichtigen Spiel nahe zu sein? Dritte Frage, welche Abstimmung gibt es mit den Sicherheitsbehörden im Hinblick auf Sonntag? Also die Abstimmungen laufen seit vergangener Woche. Seit Anfang der Woche befinden wir uns zusammen mit den Sicherheitsbehörden, also Staat, Polizei, Gesundheitsamt etc. pp. in einer intensiven Vorbereitungsphase. Parallel zu dieser Pressekonferenz findet die letzte finale Abstimmung statt, wie das Spiel aus sicherheitstechnischer Sicht und organisatorischer Sicht vorbereitet werden kann. Das ist, kann sich jeder vorstellen, eine sehr komplexe Angelegenheit. Wir versuchen da für alle Beteiligten eine Lösung zu finden, die regelkonform ist und trotzdem irgendwie den Menschen eine Möglichkeit gibt, ihre Emotionen zu zeigen, die sie mit diesem Verein, mit dieser Stadt, mit dieser Mannschaft verbinden. Aber dazu kann ich leider im Moment noch nichts Konkreteres sagen. Wenn die Verantwortlichen sich verständigt haben auf eine gemeinsame Lösung, dann werden wir dazu heute zusammen mit Stadt und Polizei kommunizieren. Das ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht der Fall, kann ich nur um Verständnis bitten. Mehr kann ich da noch nicht zu sagen. Kommen wir zurück zum sportlichen Teil der Pressekonferenz. Patrick Franz, Bill Dresden mit der nächsten Frage geht an dich, Alex. Ein Traditionsverein wie Dynamo und ein Investorenclub wie Türkücü, das sind für viele zwei Welten. Warum haben Sie sich für jeweils beides einlassen können? Und wobei unterscheidet sich die Trainerarbeit in diesen zwei Klubs, wenn du das vergleichst, die Arbeit bei Türkücü und jetzt bei Dynamo Dresden? Ja, Türkücü, warum habe ich mich da eingelassen? War natürlich auch, die Entscheidung war natürlich auch so, weil es halt auch meine Heimat ist. Kurze Wege zum Training, kurze Wege zum Spiel oder so. Ja, das los mit ein, weil ich halt jetzt auch lang weg war, war drei Jahre in Österreich. Und ja, es hat natürlich auch Nachteile gehabt, wie man so mitbekommen hat. Ja, war nicht ganz rund, die Geschichte. Ja, also nicht von der Mannschaft her. Aber zu den anderen Themen, glaube ich, ist viel gesagt worden und will ich mich gar nicht mehr äußern. Ich glaube, ganz Fußball-Deutschland bekommt mit, was Sache ist. Ohne ein Wort darüber zu verlieren, spricht es für sich selbst, was da abgegangen ist. Ich nehme jetzt Türkücü und Uerdingen her. Ich glaube, da braucht man immer viele Worte verlieren. Und darum bin ich jetzt einfach sehr, sehr, sehr froh, dass ich bei Dynamo Dresden bin. Das ist ein geiler Klub, eine geile Stadt, überragende Fans. Und da will ich einfach was zurückzahlen. Patrick Franz, mit einer Nachfrage dazu an dich, Alex. Wäre es eine besondere Konstellation, ausgerechnet gegen den Ex-Klub aufzusteigen, wo sie etwas plötzlich für Außenstehende entlassen wurden? Ja, ich habe es ja gesagt, mit der Mannschaft habe ich ein Top-Verhältnis. Und da hat es nie ein Problem gegeben. Wir waren sehr erfolgreich in meinen Augen. Wir waren im vorderen Tabellendrittel, haben teilweise an die Aufstiegsplätze herangeschmeckt. Und diese Freistellung war halt einfach damals in meinen Augen ein Witz. Aber gut, das ist Schnee von gestern. Jetzt konzentrieren wir uns auf das Spiel. Und mir ist es dann jetzt im Endeffekt egal, ob das Türkeitsche oder sonst wer ist. Wir gehen mit Freude rein und haben eine junge, geile Truppe. Und ich bin einfach überzeugt, dass wir am Sonntag mit dieser Spielfreude und Emotion und dieser Energie, die diese ganze Stadt auf uns ausstrahlt, dass wir einfach dann das Ding ziehen und entsprechend hochgehen. Patrick Franz, mit der nächsten Frage an dich, Alex. Ist Julius Kade nach seiner Muskelverhärtung fit für die Startelf, zumal Paul Will gesperrt ist am Sonntag? Julius ist topfit. Der Kollege Thomas Nahrendorf fragt nochmal nach wegen dem Sachsenpokalspiel gegen Lok Leipzig. Du hast das jetzt schon wieder gesagt. Wir befinden uns dazu in der Abstimmung. Also geplant ist das Spiel für Mittwoch, 19. Mai, was Alex jetzt schon gesagt hat. Um 18 Uhr ist der Anstoß abusiert. Aber es fehlt noch die finale Bestätigung des Sächsischen Fußballverbandes. Und darauf warten wir. Und sobald das geschehen ist, werden wir das auch offiziell kommunizieren. Mir liegt dazu bisher noch keine offizielle Information vor. Sobald das geschehen ist, geht das aber raus. Der Kollege Sven Geiser von der Sächsischen Zeitung würde gerne wissen, welcher Tag in dieser Woche frei war. Kannst du helfen, Alex? Der Donnerstag. Der Donnerstag. Also gestern. Genau. Gut, danke dir. Guido de Santes, MDR, mit einer Frage an dich, Alex. Gibt es ein Video... Gibt es ein Video... Naja. Hast du der Mannschaft ein Video von 2016 gezeigt, als die Mannschaft gegen den 1. FC Magdeburg aufgestiegen ist? Oder wirst du das machen? Ganz verstehe ich die Frage nicht, aber ich... Also das Video wurde tatsächlich gezeigt, ja. Und hat uns sehr gepusht, ja. Weil das war sehr emotional, muss ich sagen. Das fand ich überragend, ja. Und könnte doch auch sein, dass wir uns wieder was überlegen für den Sonntag. Wunderbar. Ich suche mal die nächste Frage raus. Panna, die geht an dich. Kommt von Patrick Franz L. Dresden. Bei Aufstieg verlängert sich dein Vertrag um ein weiteres Jahr. Macht das dein Glück dann perfekt, weil du dich mit deiner Familie in Dresden schon immer wohlgefühlt hast, oder? Ja, ich fühle mich super wohl hier. Mit meiner Familie, mit meiner Kleine. Würde dann ab September auch hier in den Kindergarten gehen. Und wie gesagt, wir fühlen uns super wohl hier. Ich möchte lange hier bleiben. Ich mag den Verein, ich mag die Stadt, ich mag die Fans, ich mag eigentlich alles hier. Und das richtige Trikot trägt deine Tochter auch schon, wenn unsere Spiele laufen. Ja, stimmt. Davon konnte man sich in den sozialen Medien mit einem ganz süßen Bild überzeugen. Du hattest ja relativ viele Stationen bisher. Bist du dabei überhaupt schon mal in deiner Karriere aufgestiegen? Fragt Patrick Franz von der BILD Dresden. Panna. Ja, bin ich mit Niemann Olympique damals, von der zweiten in die ersten Liga. Das war in Frankreich. Verbindest du damit noch irgendwas anderes? Positive Erinnerungen? War ein tolles Erlebnis. War ein super schönes Erlebnis. Es hat Spaß gemacht. Wir hatten auch, ich glaube, zwei Spiele vor Abschluss, dann hatten wir das geschafft. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ich weiß nicht mehr genau. Aber ja, war auch eine schöne Party. Ich hoffe, dass wir das wiederholen können hier auch. Natürlich, mit Corona würde es jetzt vielleicht nicht so gehen, mit den Fans im Stadion und alles. Aber ja. Wir werden versuchen, für euch zumindest eine Corona-konforme Party möglich zu machen. Mit Abstand und Mundschutz, wie auch immer das dann aussieht. Wir werden es sehen. Jochen Leimert, Dresdner, neueste Nachrichten mit der nächsten Frage. Alex, die geht an dich. Jeder erwartet nun, dass Dynamo die Poolposition ins Ziel bringt. Wie geht Ihre Mannschaft mit dem gestiegenen Erwartungsdruck im Umfeld des Vereins um? Ja, Fußball ist kein Computerspiel. Fußball muss gespielt werden. Man kann nicht sagen, das wird so geplant und das ist so und das muss so sein und Druck und was weiß ich. Ich sage es nochmal, wichtig ist, dass wir einfach diese Lockerheit bewahren. Wir freuen uns alle auf das Spiel. Und auch nicht zu viele Worte jetzt und zu viel Theater um das Spiel machen. Wir sind gut vorbereitet und freuen uns alle darauf. Und mehr will ich es gar nicht thematisieren, weil das wäre kontraproduktiv. Noch mal einen Blick hinüber zu deiner ehemaligen Mannschaft von Jochen Leimert, Dresdner, neueste Nachrichten, der folgendes fragt. Wie groß schätzen Sie den Ehrgeiz Ihrer alten Mannschaft ein, den Tabellenführer Dynamo Dresden in dieser Saison noch ein zweites Mal zu besiegen? Ja, natürlich wissen Sie, dass Sie im Blickpunkt stehen, weil halt viele Leute jetzt auf das Spiel schauen. Und da gehe ich schon davon aus, dass Sie uns das Leben so schwer wie möglich machen wollen. Aber nochmal, ich beschäftige mich mehr mit unserer Mannschaft und die Qualität ist einfach sehr gut. Und da habe ich vollstes Vertrauen, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Danke, Alex. Kannst du nochmal einen Satz dazu sagen? Wie eng noch der Kontakt oder zu wem du noch Kontakt hast zu deinem alten Arbeitgeber seit der Trennung im Frühjahr, fragt Jochen Leimert von der DNN? Ja, zu vielen Spielern. Die schreiben mir, die schicken mir WhatsApp. Also ich habe einen sehr, sehr guten Draht zu den Jungs. Die würden sich sicherlich auch freuen, wenn du den Aufstieg mit Dynamo Dresden am Ende schaffst. Der Kollege Jochen Leimert will noch etwas wissen über deine ehemalige Mannschaft. Hat Türkücü seine Möglichkeiten seit ihrem Weggang ausgeschöpft? Na ja, die Tabelle lügt ja nicht. Also wenn das ausgeschöpft ist, dann weiß ich nicht. Weil eigentlich war ja vom Herrn Kiewran das Ziel ausgegeben, man muss jetzt oben angreifen oder aufsteigen. Und wenn ich mir die Tabelle jetzt so anschaue, glaube ich, hat er sie da ein bisschen vertan. Haben Sie sich geärgert oder gefreut, als die Partie auf Sonntag verschoben wurde? Schließlich hat das Team einen Tag dadurch mehr zur Vorbereitung. War für uns kein Problem, das anzunehmen. Natürlich im Hinblick oder aufgrund des Pokalspiels ist es jetzt sogar noch besser, weil wir dadurch Pascal, Niklas und Steffi noch einen Tag mehr geben konnten, dass sie wieder frisch sind am Sonntag. Danke, Alex. Die Frage kam von Jochen Leimert. Die nächste kommt auch von Jochen Leimert, geht aber an dich, Panner. Wachen Sie in diesen Tagen manchmal auf und fragen sich, war das alles nur ein Traum? Bin ich jetzt wirklich runter vom Abstellgleis? Ja, wie gesagt, es waren schöne drei Wochen die letzten Wochen für mich. Und ich versuche da einfach weiterzumachen. Ich versuche der Mannschaft zu helfen. Ich versuche meine Leistung auf den Platz zu bringen. Und ich versuche da jetzt gar nicht mehr in der Vergangenheit rumzugrübeln und darüber nachzudenken, was war in der Vergangenheit. Und ich versuche nach vorne zu gucken. Und ich freue mich einfach, auf dem Platz zu stehen. Letzte Frage. Letzte Frage. Noch ein Hinweis an die Kollegen. Wenn es noch eine Frage gibt, dann bitte jetzt in die WhatsApp-Gruppe schreiben. Die vorerst letzte Frage stelle ich dir, Panner. Hat wieder was mit einer ansteigenden Formkurve zu tun. Die Frage kommt von Jochen Leimert, DNN. Jetzt spielen sie, sind ein wichtiger Teil der Mannschaft. Wäre es ihnen nicht lieber? Die Saison würde noch ein wenig länger dauern als die restlichen zwei Ligaspiele. Ja, natürlich möchte jeder Spieler viel spielen. Aber ich hoffe, dass wir einfach den Aufstieg perfekt machen. Und dann hoffe ich, dass ich die nächste Saison mehr Einsatzzeiten bekomme und dass ich da einfach mehr spiele. Und dann kann die Saison von mir aus noch in einer Woche vorbei sein. Wäre in unserem aller Interesse, sonst müssten wir nämlich in die Relegation. Genau. Vielen Dank euch beiden. Von mir noch kurz die Informationen zum Spiel. Fragen sind keine weiter dazugekommen. Ich gucke nochmal eben in die WhatsApp-Gruppe. Das ist nicht der Fall. Schreibt auch niemand. Dann jetzt die Information. Anstoß ist am Sonntag, 16. Mai 2021 um 14.03 Uhr. Denn der MDR zeigt das Spiel im TV in einer Fußball-Handball-Konferenz. Vielen Dank dafür an die Kollegen, dass sie das möglich gemacht haben. Dass unsere Fans auch im Free-TV live dabei sein können. Bei MDR.de gibt es sogar einen Livestream, wo man das Spiel 90 Minuten live sehen kann. Bei Magenta gibt es wie immer die Live-Übertragung für alle Abonnenten der Telekom. Im Radio ist man bei MDR aktuell, MDR Sachsen, Radio Dresden live dabei. Und wir werden am Sonntag ein Fan-Radio anbieten, damit alle Fans von zu Hause nah dabei sein können. Und da versuchen wir natürlich alle Emotionen, möglichst positive Emotionen aus dem Stadion, dann auch zu euch nach Hause zu transportieren. Wie gesagt, heute folgen noch Informationen zum Ablauf, was rund ums Stadion los sein wird und welches Verhalten wir uns da wünschen. Das werden wir dann im Laufe des Tages kommunizieren, wenn sich die Verantwortlichen dazu verständlichen konnten. Vielen Dank, Alex. Vielen Dank, Panna. Und viel Erfolg am Sonntag gegen Türkei München. Tschüss.